Die Pille wird nicht nur als Verhütungsmittel eingesetzt, sondern auch als Mittel für bessere Haut, bessere Haare und bessere Nägel. Mit welchem Preis man sich aber dieses schönere Hautbild erkauft, das erkläre ich in diesem Video. Viel Spaß dabei! Mein Name ist Dr. Medkonzernin Wagner und in diesem Video besprechen wir, warum und wie die Pille eigentlich ein besseres Hautbild macht und vor allen Dingen, was das mit einer weiblichen Kastration zu tun hat. Unter der Pille versteht man in den meisten Fällen eine kombinierte Pille, also eine Pille, wo ein synthetisches Östrogen drin ist. In den meisten Fällen in Deutschland ist das Ethinyl-Estradiol ein sehr stark und sehr wirksames synthetisches Östrogen und auch ein Gelbkörperhormon. Davon gibt es eine ganze Palette und je nach Gelbkörperhormon sind auch die verschiedensten Wechselwirkungen und Partialwirkungen ein bisschen unterschiedlich bei so einer Pille. Um zu verstehen, warum die Pille die Haut besser macht, müssen wir erstmal verstehen, warum die Haut schlechter wird. Also der physiologische Prozess von Pickeln und Akne, was es damit auf sich hat. Wir haben ja auf unserer Haut überall kleinste Talgdrüsen und auch Schweißdrüsen. Und diese Schweiß- und Talgdrüsen sind auch sehr davon abhängig, wie viele männliche Hormone in deinem Körper rumschwirren. Männlein und Weiblein haben männliche und weibliche Hormone. Ich habe ganz viel Östrogen und ihr habt, wenn ihr eine Frau seid, auch ganz viel Testosteron, by the way, sogar mehr als Östrogen. Und wenn dieses Gleichgewicht ein bisschen abhanden kommt, dann fangen diese Talg- und Schweißdrüsen mehr an zu produzieren. Die werden also mehr getriggert durch diese männlichen Hormone. Und schwuppdi-bupp hat man ein Hautbild, was der Akne gleicht. Man hat Pickelchen am Dekolleté, am Rücken, im Gesicht. Das gilt gesellschaftlich als nicht schön oder nicht gewollt heutzutage. Und das ist das große Problem. Viele junge Frauen und Mädchen denken, jetzt müssten sie irgendwas tun, damit diese Pickel weggehen. Kann man ja auch irgendwo verstehen. Wir waren alle mal in der Pubertät. By the way, warum das in der Pubertät eigentlich so extrem ist, ist, weil hier das Hormongleichgewicht einfach noch komplett durcheinander ist. Wir haben also auch erstens ganz komische Zyklen und ganz komische Perioden. Die bleiben manchmal zwei Monate aus. Dann ist sie wieder sehr viel stärker. Hier passt also diese Balance noch nicht. Und zugunsten der männlichen Hormone kommt es da sehr oft zu Akne- und Akne-ähnlichen Zuständen der Haut. Und jetzt muss man sich noch überlegen, okay, zu viele männliche Hormone, wo kommen die denn her? Na, die kommen bei der Frau auch größtenteils vom Eierstock. Durch die Pille, die du schluckst oder auch den Vaginalring, den du einlegst, das Wirkprinzip ist genau das gleiche, kommt es also zu einer Kaltstellung der Eierstöcke. Die werden komplett die Funktion einstellen. Sie werden kaum bis gar keine Hormone mehr, keine eigenen Hormone mehr produzieren. Weshalb auch viele Nebenwirkungen nicht von der Pille an sich kommen, sondern von dem Fehlen der eigenen Körperhormone. Denn diese synthetischen, dieses Ethinyl-Estradiol und dieses Gestagen haben nichts mit dem eigenen Körperhormon zu tun. Sie haben also auch nicht dieselbe Funktion. Und durch diese zeitweise Kastration, so nennt man das, wenn man sehr böse das formulieren möchte, kommt es eben zu einem wunderbaren Hautbild und wunderbaren Haaren und auch wunderbaren Nägeln. Man erkauft sich also dieses schöne Hautbild dadurch, dass man seine Eierstöcke komplett kalt stellt. Mit all den Nebenwirkungen und Wechselwirkungen, die das eben machen kann. Es gibt Frauen und junge Frauen vor allem, die sehr, sehr stark unter Akne leiden können. Vor allen Dingen, weil das jetzt nicht nur in der Öffentlichkeit vielleicht schwierig ist, sondern weil es wirklich gesundheitliche Probleme machen kann. Und hier kann man natürlich überlegen, mit einer Pille zum Beispiel das Ganze zu mindern. Aber aus rein gesellschaftlichen oder ästhetischen Gründen ein hochpotentes Medikament zu geben, das sollte man wirklich gut hinterfragen und vor allem gut aufklären. Das sage ich deswegen, weil ein Großteil natürlich von diesen Pillen auch von Dermatologen und Dermatologinnen verschrieben wird. Also Hautärztinnen und Hautärzten. Die sehen aber mitunter natürlich nicht die Nebenwirkungsprofile, die wir GynäkologInnen vielleicht sehen. Also hier immer gut drüber nachdenken, gut mit der Patientin aufklären. Was tun wir hier eigentlich und unter welchem Preis tun wir das Ganze? In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, ihr noch mehr zu solchen Pillenwissen interessiert, dann schreibt es mir in die Kommentare, was euch auch genau interessiert. Und lasst mir doch ein Abo da und ein Like. Dann werde ich im Algorithmus ein bisschen höher geschraubt. In dem Sinne, viel Spaß und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.